weil es so schön ist und weil ich euch gerade ganz toll etwas zeigen kann möchte ich gleich noch ein video an dem auto drehen hat jetzt mit dem unfall nichts zu tun aber wenn schon mal eine stoßstange drunten ist wollte ich euch dieses nicht vorenthalten und zwar wenn ihr wasser im kofferraum habt dann kann das ganz klar an zwei sachen liegen eine sache ist logisch das ist der gummi die andere sache die zeige ich euch hier bei einem wassereinbruch kann es sein dass dieser gummi hier defekt ist das kann man recht schön sehen das kann man einfach beheben was aber auch sein kann ist diese klappe diese klappe das hier ist nun gummilappen und direkt hier kommt man in den kofferraum das ganze dient dazu dass wenn ich die kofferraumklappe schließe dann muss der luftdruck den ich ja im innenraum des autos aufbaut der auch unangenehm ist für die hinsassen und der muss ja irgendwo hin wenn ich die kofferraumklappe zu machen gehen diese klappen auf und lassen den luftdruck raus wenn jetzt zum beispiel hier dahinter irgendwas liegt oder hier schmutz reinkommt macht diese klappe nicht mehr zu wenn man bei regen fährt kommt das spritzwasser direkt durch diese geöffnete klappe hier in den innenraum und schon hat man wasser im kofferraum stehen deshalb ist es auch ganz wichtig dass man zum beispiel bei vielen autos im kofferraum in die seitentaschen keinen abfall stopft habe ich schon gehabt da lag dann hier irgendein bonbon papier drinnen dass mir hier diesen deckel aufgehalten hat und der weg war frei das wasser von der straße in den innerraum vom auto fließt in diesem sinne wünsche ich euch ein schönes wochenende fahrt vorsichtig und habt eine schöne zeit wir sehen uns nächste woche bis dann